In diesem Video möchte ich dir Mystical Cave vorstellen. Mystical Cave ist sozusagen von Crystal Cave die Ambiente Vision. Wenn du Crystal Cave kennst, dann weißt du ja, was da drin passiert. Und es gibt manche, die sagen so, ich habe mal Bock, diese Höhle zu erleben, diesen Tiefgang zu erleben ohne Musik. Und dann kannst du das mit Mystical Cave machen. Mystical Cave geht mit dir diese sieben Phasen durch. Die erste Phase ist sozusagen vor der Höhle. Die zweite Phase ist, du betretest die Höhle und du merkst, okay, du bist in der Höhle. Und dann geht es in die drei tiefen Phasen, wo du sozusagen das Ambiente hörst, wo du durch diese Gänge gehst, wo du in 3D die Tropfen überall hörst und in diese Tiefe kommst, wo im Hintergrund 432 Hertz sind und eine Frequenz, die dich bis zur Mitte der Höhle von 8 Hertz auf 4 Hertz hinunterbringt. Das heißt, die Verbindung mit dem Universum durch die 432 Hertz in Kombination mit den 8 bis 4 Hertz, was dich in die Tiefe Trance hineinführt. Und dann geht es sozusagen wieder raus zum Ausgang der Höhle. Und wenn du dann aus der Höhle hinaus kommst, dann hört sozusagen die Ambiente Vision auf, die hört bei 30 Minuten auf, die Crystal Cave bei 40 Minuten, weil bei Crystal Cave sozusagen noch die Vögel dabei sind und das Ganze, der ganzen Abschluss, ja, was hier nicht zwingend notwendig ist, ja. In dem Sinne, höre das an, erlebe einen Spaziergang und eine tiefe Meditation in der Höhle und lass dich überraschen, was für eine Magie, die ich dort erwarte.